Hör nochmal zu Leute, ich bin nach Bochum gekommen, ich war den ganzen Tag nicht live, damit ich live stream kläre mit Bushido, Bushido hat auf Insta-Story gepostet, dass ich live gehe mit denen und ich seh überall auf For You Leute, die Leute haben das gepostet und leider Leute, leider, leider, leider wird es nicht stattfinden Leute, obwohl alles fast geklärt war, aber Leute, Khair inshaAllah, was soll ich sagen, du hattest 100k geschafft, sowieso Alter, sowieso, bei Allah sowieso, sowieso Jung, was ist unter Katz-Zuschauer Leute, Hype ist in meinen Händen Leute, ich entscheide wann Hype kommt, wann Hype geht, Wallah, ich weiß was ich mache Leute, Wallah, wir wollen alten Barailo, alten Barailo, alte Barailo, komm, die wollen nicht, 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 dass alte Barailo kommt, die wollen nicht, dass alte Barailo kommt, bei Allah, lass dich nicht unterdrücken, ich lass mich nicht unterdrücken Leute, keiner unterdrückt mich, keiner kann mich unterdrücken, Leute, wenn ich nicht live gehe mit denen, Ich hab alles gekriegt. Wenn ich nicht live geh mit denen, ich lass mich unterdrücken. Wenn ich live geh, bin ich unloyal. Egal was man macht, ist man falsch. Man ist falsch nicht, egal was man macht. Ich geh live mit denen, ich bin unloyal. Ich geh nicht live, ich werd unterdrückt. Man zieht, man ist Junkie. Man zieht nicht, man ist nur naiv. Was ist das? Lass mich ziehen, was ich will, ja? Warum aber? Kann ich euch nicht erzählen, warum? Was ist das?